Da haben Sie schon einen eher so mit Zufall geschaut? Nein, das nicht. Das Motiv ist mehr oder weniger schon vorhanden. Ich gehe aber relativ großzügig an die Sache heran. Und das Bild ist wichtig aus der Mannerei. Mir ist wichtig ein offener Zustand. Das ist ein fotografisches Umsetzen, sondern es soll aus der Malerei entstehen. Und die räumlichen Abstufungen passieren. Die sind schrägen, aber nicht im Schatten. Oder vor Polster, wie der Welt beliebt ist. Die hat dann gewisse Backwirkung vorhanden. Die von sich aus wirft, ohne die Handschrift des Künstlers. Und bevor er kommt. Das ist bei der informellen Mannerei. Ich mag eher das zurückgenommen werden. Man hat natürlich auch seine eigenen Handschrift. Aber die Gesten steht nicht im Vordergrund. Ich habe das nicht im Vordergrund. Ich habe das nicht wirklich viel Bewusstsein getan... dass ihr dann macht.